Musik Herzlich Willkommen beim City Music Contest in Hörger... Aber ich kann gar keine Musik schreiben. Wir proben schon seit einer Woche und das kann es immer noch nicht. Aber es ist nicht deine Stimme. Nein, meine Stimme! Meine Stimme ist genau richtig. Dann sollte Mozart den Scheiss halt umschreiben. Er heisst Tintzin. Susan, du musst warten bis Dorko fertig ist. Was? Bis Dorko fertig ist. Ich hoffe, euer Hit ist ein bisschen grösser als euer Komponist. Was heisst wie das? Keine Ahnung, vielleicht den Tonort wechseln. Wenn ihr alle hier miteinander spielen, dann ist das wie in einem Kuhstall. Der hat doch von Musik so viel Ahnung wie eine Kuh vom Tiefsee tauchen. Eine gute Band braucht einen guten Manager. Blödsinn! Wir brauchen keinen Manager. Wir brauchen einen Hit. Es ist ein Plagiat. Es ist ein Plagiat. Ein Plagiat was? Ein Plagiat, Mann. Der Song ist geil, aber wieso der mitmachen muss? Weil du ohne mich nichts bist. Verstehst? Sindi, der Yannick gehört dir. Dir ganz allein. Ich habe mir das alles schon überlegt. Neues Album und neue Band. Ich will mein Geld. Mein Rottolabend. Nicht so schlecht für ein Vorstadtband. Was? Hast du eine Ahnung? Das nennt mir Mithilfe. Das gibt Kisten. Es ist so, wie ich sage. Du!